Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen als deutscher Bundeskanzlerin und französischer Präsident kurz das erläutern, was wir jetzt beim Mittagessen auch gemeinsam unseren Kolleginnen und Kollegen vorschlagen wollen. Wir sind uns alle einig, das Jahr 2010 war ein Jahr der Bewährung für den Euro. Deutschland und Frankreich sind fest entschlossen, dass 2011 das Jahr des neuen Vertrauens für den Euro sein wird. Deutschland und Frankreich werden deshalb deutlich machen, dass wir den Euro nicht nur als Währung verteidigen, das ist ganz normal, sondern der Euro ist auch ein politisches Projekt. Das bedeutet, dass wir neben den Maßnahmen der Solidarität, die wir 2010 eingeführt haben, zum Beispiel durch den EFSF, den Fonds, der Garantien ausgibt, dass wir neben einem permanenten Krisenmechanismus vor allen Dingen auch deutlich machen sollen, dass wir politisch als Europäische Union, aber vor allen Dingen auch als die Länder, die den Euro als Währung haben, zusammenwachsen wollen. Das bedeutet also eine engere wirtschaftliche Kooperation. Was muss bei dieser wirtschaftlichen Kooperation der Maßstab sein? Der Maßstab muss sein, dass wir den Wohlstand für die Menschen in unseren Ländern sichern können. Das bedeutet, wir müssen unsere gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Und dabei muss der Maßstab, an dem wir uns ausrichten, jeweils der Mitgliedstaat sein, der am besten die entsprechenden Bedingungen erfüllt. Das heißt, wir wollen einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit eingehen und damit deutlich machen, dass wir politisch Schritt für Schritt enger zusammenwachsen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keinen Wettbewerb um die beste Lösung mehr gibt zwischen den Mitgliedstaaten, sondern es bedeutet, dass wir uns an den Besten orientieren wollen und dazu auch bestimmte Vorhaben durchsetzen wollen. Wir werden einen solchen Pakt ausarbeiten und bitten deshalb den Präsidenten des Europäischen Rates, die Mitgliedstaaten des Euro-Raumes einzuladen, um einen solchen Pakt vorzubereiten. Und wir werden dann andere Kollegen einladen, wenn sie es wünschen, an diesem Pakt auch teilzunehmen. Das Zieldatum heißt, dass wir auf dem Märzrat dann die endgültigen Beschlüsse fassen. Das heißt, wir müssen vor diesem Märzrat in der Euro-Gruppe uns darüber abstimmen, dass wir einen solchen Pakt und wie wir einen solchen Pakt aufstellen. Ziel muss es sein, aus meiner Sicht, dass wir innerhalb eines Jahres an sehr konkreten Punkten nachweisen können, dass wir es ernst machen und ernst meinen mit einem solchen Pakt. Denn es darf nicht um Reden gehen, sondern es geht um Taten. Es geht darum, dass Sichtbarer, dass Europa den Anspruch hat, ein wettbewerbsfähiger Kontinent zu sein, zum Wohle der Menschen in unseren Staten. Vielen Dank, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen sagen, ich möchte Ihnen sagen, dass das die Chanceliere Merkel in seiner Erklärung sagt, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammenarbeiten, die Deutschland und die France zusammenarbeiten, mit einer absoluten Rettung der EU-Rocke verletzen, das wir in der EU-Rocke verletzen, dass wir Europäische. Wir wollen renforcer la compétitivität de l'Europe und de son economie. Wir wollen faire converger die verschiedenen Ökonomien Europäen und wir haben renforcé unsere Diskussion noch in den letzten Wochen. Wir sind also d'accord auf ein Plan für ein Plan für die Antwort auf die Herausforderung wie die Europäische Diese Antwort und diese Strukturelle in Wahrheit tiren la conclusion de ce que nous avons connu in ein Passer Récent wo es fallut additionner des mesures urgentes für face a des situations d'urgence. Ces mesures d'ailleurs dans l'Essentiel se sont révélées efficaces tant pour l'Irlande comme pour le Portugal. Nous voulons avec l'Allemagne passer une nouvelle étape d'apporter une réponse structurelle. Cette réponse c'est donc une intégration plus forte de la politique économique au service d'un objectif renforcer la compétitivité de nos économies. C'est la raison pour laquelle nous allons ensemble exposer à nos partenaires lors du déjeuner le détail de ce que nous voulons voir adopter au mois de mars au cours d'un sommet de la zone euro qui se tiendra donc en mars en mars de façon à ce que l'ensemble des observateurs du monde entier comprennent que les économies européennes vont dans le sens de la convergence avec le souci de la compétitivité. C'est donc un axe pour l'Allemagne et la France extrêmement fort au service d'une ambition européenne structurelle qui nous permet de répondre aux défis auxquels l'ensemble de nos économies sont confrontées. Voilà, nous allons donc exposer ceci à les partenaires et nous aurons les décisions au mois de mars prochain au cours d'abord d'un sommet de la zone euro puis d'un conseil européen. Je vous remercie. Merci.